Erstaune alle mit dieser beeindruckenden Klaviermelodie. Egal, ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, ich zeige dir jetzt wirklich eine beeindruckende Melodie, plus drei Pattern in der linken Hand und wenn du bis zum Ende dran bleibst, noch eine Möglichkeit, das Ganze deutlich gefühlvoller zu gestalten. Wir befinden uns in E-Dur, sprich vier Kreuze und ziemlich wilde Akkorde, wie du siehst. Lass dich davon nicht abschrecken, ich erkläre dir jetzt Schritt für Schritt, wie du die Melodie zu spielen hast. Du beginnst mit deinem Daumen der linken Hand auf diesem E hier und rechts mit deinem kleinen Finger auch auf dem E. Und dann spielen wir die Melodie folgendermaßen. Wir schlagen zusammen an. E und dann geht es weiter. Dis, H, E und dann Is, E, Fis, E. Im Flow klingt das dann so. Wunderbar. Im zweiten Takt wanderst du mit deinem dritten Finger auf das Cis hier unten und rechts beginnen wir wieder oben mit dem E. Und dann haben wir E, Dis, H, E. Und jetzt andersrum. Fis, E, Fis, Gis. Ich kann dir übrigens empfehlen, dein Pedal durchzutreten pro Takt, pro Akkord. Und dann wirst du feststellen, dass der Klang deutlich tiefer und lebendiger wird. Dann machen wir weiter. Links geht es aufs A mit deinem fünften Finger und oben starten wir wieder mit dem E. Also, E, Dis, H, E. Dann gependelt. Nochmal H, E. Und dann H, Cis. Im Flow. Und zu guter Letzt gehen wir dann auf ein H links. Und wie soll es sein? Oben starten wir wieder mit dem E und spielen E, Dis, H. E nochmal hoch. E, Dis und dann von unten nach oben. E, H also. Lass uns diese vier Takte noch einmal gemeinsam spielen. Nicht zu schnell. Los geht's. Und. Eine wirklich wunderschöne Klaviermelodie. Ich möchte jetzt weitere Pattern in der linken Hand zeigen. Wir haben ja gerade einstimmig gespielt. Um dem Ganzen so ein bisschen mehr Volumen zu geben, können wir jetzt supergut Oktave spielen. Sprich, in deiner linken Hand ein und den gleichen Ton, E und E doppelt gegriffen. Ja, und dann wird's vom E, ja, zum Cis, zum A und dann zum H gehen. Und wenn du das mit deiner rechten Hand kombinierst, dann klingt das folgendermaßen. Lass dich, wie gesagt, von diesen ganzen Akkord-Symbolen nicht abschrecken. Wenn du da mehr zu erfahren möchtest, wirklich wissen möchtest, wie sind Akkorde aufgebaut? Wie kann ich solche speziellen Akkorde vielleicht auf meine eigenen Stücke übertragen? Wie kann ich dazu improvisieren? Dann tue ich sowas mit meinen Schülerinnen und Schülern im 1 zu 1 Online Piano Coaching. Vielleicht ist das was für dich. Ansonsten machen wir jetzt direkt weiter und werden etwas rhythmischer zusätzlich in der linken Hand. und spielen jetzt sogenannte Vierteloktaven. Sprich, dann zum Cis, zum A. Du kannst das Ganze natürlich hinterher auch vom Tempo für dich steigern, so wie du es schön findest. Jetzt hast du schon mal drei Möglichkeiten, die linke Hand zu gestalten, eine Steigerung mit einzubauen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Schön, dass du noch dabei bist. Wie können wir das Ganze jetzt noch gefühlvoller gestalten? Dir ist aufgefallen, wir befinden uns meist so in der Mittellage und mit der linken Hand deutlich tiefer. Ich bin ein Fan von einem Aufbau. Also wenn wir so eine Art Intro haben wollen, können wir das super um eine Oktave nach rechts verschieben. Und hör mal, wie das Ganze dann klingt, wenn ich hier oben starte. Und jetzt kann ich zurück in die Mittellage kommen und das Ganze steigern. Und dann einen schönen Abschluss spielen, vielleicht mit so einem E-Dur-Akkord hoch arpeggiert. Wenn du Lust hast auf eine weitere wunderschöne Klaviermelodie, schau dir mal unbedingt dieses Video hier an. Wenn dich das Video heute weitergebracht hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben, lass ein Abo hier. Und ich würde mich natürlich freuen, dich auf meinem Kanal immer mal wieder zu sehen. Und sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.